Wir sind kurz vorm Finale. Hallo Paddy, hallo Raffi. Hallöchen. Grüezi. Diesmal sitzen sie nicht direkt neben mir, sondern wir können das leider nur über Bildschirmübertragung machen. Ja, Rauschisch stinkt. Ich mag eigentlich auch. Es wurde ausgesprochen. Ich würde sagen, wir marschieren dann mal rein. Die Taktik ist, mit unseren relativ unterlevelten Pokémon noch gerade so zu überleben und die dann mit allem, was wir haben, wieder hochzuheilen. Das ist eine schöne Taktik. Jo. Hast du so einen Scheitel in der Mitte? Mach mal das Menü weg, da. Da ist er. Siehst du die? Ich kann ja gleich nochmal auf ein Bild gucken. Okay, sieht noch Wasser aus. Ach, Bitch. Nehmen wir Blitz. Nehmen wir Blitz nach vorne, ja. Komm her. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Taktik. Ach, das ist das für Sie. Ja, das ist ein Sie. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Unverkackt. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha. Bist du bereit? Scheiße. Okay. Hauptsache keine besondere Musik oder so, die ganz normale Kampfmusik. Aha. Schleich. Sag mal, haben wir irgendein Feuer-Pokémon oder ähnlich? Was war das, Raffi? Ich glaube, der hat sich gerade gemutet. Hahaha. Oh Mann. Also so ein Zeichenkopf. War das jetzt immer so ein Geräusch oder was? Ja, weiß ich nicht. Oh, natürlich fangen die jetzt bei mir an Rasen zu mähen. Hahaha. Ich entschuldige mich. Hahaha. Ah, es ist irgendwie unglaublich. Ach ja. Es klappt super. Ja. Ja, ihr seht, Professionalität ist groß. Volltreffer! Ja, siehste, läuft. Professionalität! Ja, gebe ihm! Es klappt. Der Plan, er geht auf. Volltreffer! Also der Donnerblitz mit Harkin und der Bildschirmübertragung ist merkwürdig. Ach, das funktioniert schon. Go, go! Volltreffer! Hast du das denn? Ja! Der hat sich einfach in seinen eigenen Schwanz gemissen. Das geht wieder. Hahahaha. Ach, wer ist das? Anna, wir haben Volltreffer! Das ist aber kein Wasser-Pokémon. Scheiße, was drauf! Mach dich weg! Okay. Volltreffer! Oh. Oh, da kommt nur ein Duplex-Heat. Das gibt's nicht. Oh. Scheiße. Fuck! Wir haben verloren. Auf Wiedersehen. Nein, Supertrank. Wirklich? Glückwunsch. Was ist das? Was ist das? Nein! Hey! Uh! Was schruchtelt sie mit dem zu kurzen Arm da rum? Hauptsache, sie benutzt alles, nur keine Spezialangriffsattacken. Oh ja, die sieht ein bisschen aus wie Banders Brot oder Rayman. Mhm. Huhu. Nur ein bisschen dicker. Komm her, ich krieg auch noch. Das grinst so blöd. Oh. Er ist ein bisschen leichter. Was? Bitte? Ist ein bisschen was? Fair? Was ist... Ja, erster Kampf durch. Gut. Du bist besser als ich dachte. Ja, aber warte. Vier Minuten. Nicht schlecht. Ja. Okay. Schafft man doch die Liga in der Stunde. Einmal einen Hypertrank reinpumpen und dann können wir weiter, ne? Ja, erstmal schön pumpen und dann weiter. Jo. Ich krieg aufpumpen. Warum haben wir kein Machomai? Ich dachte, der hat ein Machomai. Er ist auch... Ach Gott. Er hat sich halt so Erd-Boden-Futzi. Und dann hat er irgendwie Feuer oder sowas. Ich speichere mal. Ja, besser ist das. Mhm. Könnte schief gehen. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Graffi. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Woher kennt er unser Name? Verdammt, Heinz. Er hat uns von Anfang an beobachtet. Du siehst da. Der muss seine Augen nicht mehr aufmachen. Nee. Und er hat ein Onyx. Ihr könnt euch aussuchen. Eisstrahl oder Surfer? Ich werfe Surfer. Du bist aber Eisstrahl. Ich denke gerade drüber nach. Der erinnert mich an irgendwen. Ich glaube, es ist die Yu-Gi-Oh!-Karte. Äh, ach. Meinst du Mahavailo? Was? Nee, Yu-Gi-Oh!-Karte. Ja. Mahavailo ist eine Yu-Gi-Oh!-Karte. Nee, ich dachte, äh, die finstere Welt Dreadmoor oder sowas. Ah, ja, ja. Der wird nur angriffen für Verteidigung als Basiswerte. Der sieht auch so ein bisschen aus. Der hat auch so diese Ketten-Schienen an den Handgelenken und so. Fällt mir jetzt gerade nicht an. Ach, Rauschi. Ja, tut mir leid. Das ist nur für ein Kack-Nubel. Ja, richtiger Kack-Nubel. Alter, da Prass, ne? Meinst du, ein Pokémon von uns macht alle fällig? Nein, Steinwurf ist sehr effektiv. Ah. Warum? Warum? Äh, Gestein gegen Eis. Das habe ich noch nie gewusst. Nee? Nein. Ich war bisher immer so gut, dass meine Eis-Pokémon den Gegner schon erledigt hatten, bevor sie den Stein-Attacke einsetzen konnten. Pöbel. Gut. Labrass hat es dann gemacht. Ach ja. Warte, wie viel waren das jetzt? Sechs Minuten? Sieben Minuten? Wir sollten es Speedrun nennen. Hydro-Pumpe. Speedrun, Mega-Gameplay, HD+. Ganz ehrlich? Hydro-Pumpe ist super, aber ich kann Hydro-Pumpe nicht reinnehmen. Eis-Strahl-Surfer ist gut und Donner- und Psycho-Krimier. Ja. Schade. Hydro-Pumpe geht auch irgendwie gefühlt immer daneben. Ist aber genauer als Blizzard oder Donner. Ja. Boah. Das so. Hypertrank. Ey, wir haben für zwei Trainer bisher nur jeweils einen Hypertrank benutzt. Das ist doch... Ja, die sind halt schlecht. Das ist doch super. Wir haben OP-Team, aber wo ist Bongo Ball? Wollten wir den nicht in die Liga nehmen und raten? Ich bin... So leid. Tackle! Ganz viel Tackle! Nee, Explosion wieder. Jetzt ist die Frage. Wir haben Geister. Psycho? Psycho ist effektiv gegen Geist? Schon immer. Echt? Ja, und Geist gegen Psycho. Ach, das erinnert mich an was. Nee, ähm, Psycho ist nicht sehr effektiv gegen Geist, aber, ähm, gegen Gift. Die meisten Geist-Pokémon haben Gift. Halt die Fresse. Psycho ist sehr effektiv gegen Geist. Äh, Geist. Soll ich's googeln? Hast du die Folge gesehen bei Pokémon? Psycho vs. Geist? Ach, das hatten die ne Ahnung in der Folge. Ganz ehrlich. Alter, ich google das jetzt. Ich versteh ganz, dein Psycho ist gut gegen Mais. Super. Das macht mich noch hungrig, ey. Oh, wir haben gestern gegrillt und da gab's Maiskolben. Uh, das ist super. Hat keinen von gegessen, ich mag Maiskolben nicht. Das stimmt. Oh, nicht. Wer weiß nicht, ich mag Mais an sich schon, kann man essen, aber nicht so der Hype. Hm. So wie, keine Ahnung, Gurken. Sie sind da, aber, mäh. Mann, ey. Du gehst ja auch nicht in den Supermarkt und guckst, oh, Mais, geil. Das war früher immer so mit zwölf oder so, wenn da so Zuckermais im Angebot war. Mutti, ich will Zuckermais. Okay. So, noch weißer Hand gebaut. Rauschi, du hattest recht, aber. Lass mich eins erfragen, warum? Warum ist gegen Gengar... Nein, du jetzt die Fresse, du Kacken. Nein. Warum ist gegen Gengar Psycho sehr effektiv und Geist gegen Simsaler sehr effektiv? Weil Gengar vom Typ Geist Gift ist und Psycho ist gegen Geist... Gift... Psycho gegen Gift ist sehr effektiv und Geist gegen Psycho. Das ist aber unfair, dass Geist gegen Psycho sehr effektiv ist, ist aber nicht andersrum und die Folge Geist gegen Psycho heißt. Tja. Pech. Jetzt machen wir weiter da. Wie war das jetzt? Was wollte ich jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Das ist ein Kack genug. Moment, wir haben doch einen Tau-Boss. Der müsste doch, weil er vom Typ normal ist, die meisten Geist-Attacken abfangen können. Das nenne ich mal eine Idee. Flugattacken klappen ja. Sicher. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gutaussehender, stattlicher Mann. Doch das war es vor... Doch das war vorher zehn... Boah. Boah. So, jetzt geht's auf die Fresse. In der ersten Generation wirkt Geist gegen Psycho nicht. Ach. Echt? Danach ist es sehr effektiv. Oh. 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 Es gibt noch keine direkte Geist-Attacke, ne? Kann nicht sein. Oh Gott, nein. Nerv. Das verwirrt mich. Kann ich angehen. Boah. Jawohl. Was ist das? Normal, es klappt. Hm. Wieso trifft Nachtnebel? Ich dachte Nachtnebel ist vom Typ Geist. Am Arsch. Mann. Ja und? Warum sollte es nicht treffen? Weil Nachtnebel vom Typ Geist ist und Tauber ist normal. Und? Ich... Ach man ey. Hahaha. Hm. Jo. Traumfresser auf ein waches Pokémon. Aber mir ist ja schon mal aufgefallen, dass... ...diese ganze Typen-Kram irgendwie komisch ist, wenn ein Pokémon zwei Typen hat. Dann wirkt das alles irgendwie anders. Frag mich nicht wie. Hm. 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 Golpatsch. Sollte eigentlich nichts Gutes gegen Lapras haben. Hm. 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 von Freakill So, wie war das jetzt? Alpollo ist Geistgift Klappt Psychokinese jetzt oder nicht, Raffi? Raffi? Hab ich vergessen Äh Hä Äh Äh Moment Psycho gegen Geist Äh Ähm Das geht Gut Aber Geist gegen Psycho nicht Also normal effektiv ist das Dann sollte das ja jetzt sehr effektiv sein Ja Haha Ist Alpollo Gift? Ja Es gibt in der ersten Generation nur drei Geister Und das sind Nebulak, Alpollo und Gengar Und die haben alle Geistgift Warum eigentlich Gift? Weil sie aus ähm, giftigen Nebel bestehen Mhm 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 Das läuft doch eigentlich bisher relativ geschmeidig Ja, ja Nicht geschmeidig ey Okay Vor allem benutzen die doch nur so komische Attacken wie Kreideschrei oder so Greif mal an, das wär ne Idee Okay Mhm So Gengar ist mit Level 60 defini- Oh, Volltreffer Definitiv das Beste Ah, super Ah, super Das ist der richtige Taktik-Karinder Die greift ja noch nicht mal an, die wechseln einfach der ganze Zeit nur Hahahaha Agashe setzt Kanonenfutter ein Sowas nennt nicht Taktik Hab ich nicht mit gerechnet ey Hahahaha So Toxin Okay Na, Gift Hä? Haben wir irgendwas, das uns besser macht darin, bei Verwirrung trotzdem zu treffen? Nee, eigentlich nicht. Denn irgendwie haben wir sonst ganz schön viel Glück gehabt bis jetzt, oder? Ja. Okay. Das ist einfach können. Du musst können. Das ist vollkommen können. Mein Team ist so dermaßen motiviert. Ja, da sieht man wieder die Ego-Haftigkeit eines Rauschi. Er sagt, mein Team. Okay, Raffi, dein Team. Das wollte ich jetzt auch nicht hören. Sag doch einfach unser. Ego-Haftigkeit. Irgendwie fährt das Wort nicht ein. Ego-Ego-Maniac. Einen Eta für Lapras Psychokinese. Dann wird der Rest auch noch weggepastet. Was ist jetzt denn los? Gott, ist das ein langer Gang. Ja, Mann. Und ich brauch nicht mal gehen, das macht er von ganz alleine. Hm. Der Rauschi, du musst dich nicht mehr anstrengen. Nö. Dein faules Leben wird unterstützt. Okay, der gute Siegfried. Sagst du? Geh einfach vorbei. Moment. Erstmal das richtige Pokémon nach vorne. Was hat denn der? Ein Siegfried hat für gewöhnlich Drachen. Oder Garados. Jetzt verunsicherst du mich. Ich weiß das von Bad Grün, dass er als erstes Geradus hat. Aber in Blau weiß ich das nicht. Dann hätten wir aber immer noch einen Donner. Ja. Aber wenn... Ja, müsstest du sofort wechseln, theoretisch. Weil wenn Lapras draufgehen würde, wird's schwierig. Hab ich immer noch... Moment. Äh... Ah. Ja, du hast Top-Beleber, oder? Hab ich immer noch 21 Beleber und vier Top-Beleber. Ja, ist in Ordnung. Und wir sind mittlerweile beim vierten Trainer. Wie viel gibt's ungefähr? Acht? Wovon? Von den Top... Ach, Top vier. Das... Höhöhöhöhöh. Höhöhöhöh.